Eine Zornesfaltenbehandlung ist gerade auch bei Frauen sehr beliebt. Immer wenn sie von Kollegen oder Freundinnen hören, dass sie einen bösen Blick haben oder ob sie zornig seien oder ob irgendetwas geschehen sei, wieso sie so böse sind, ist so eine Behandlung sicherlich im gesellschaftlichen, auch im beruflichen Sinne sehr notwendig. Denn ein netter und aufgeschlossener und freundlicher Mitarbeiter oder Kollege ist natürlich mehr erwünscht in dieser Gesellschaft und das ist sie allerdings auch. Nur das Erscheinungsbild zeigt das nicht, dass durch den ganzen Stress, den sie im Verlauf hat, hat sie natürlich diesen Konzentrationsmuskel sehr stark angespannt und dadurch wirkt sie sehr unentspannt, obwohl das gar nicht mal der Fall sein muss. Und dafür denke ich, ist sie jetzt glücklich, dass sie durch eine kleine Behandlung dieses Problem jetzt nicht mehr haben sollte.